Ja, heute war ich mal in Frankreich unterwegs, da komme ich auch irgendwann dahin, so wirklich schön fest. Einen französischen Film habe ich heute geguckt. Auch vor einigen Monaten hatte ich mal so einen französischen Film, der kein französischer Film war mit so Bäumen im Wald und so und der Soundtrack, der war von der französischen Frau, Emily, so nenne ich die, so heißt es auch, Nachnamen weiß ich nicht. So, für alle, die jetzt immer noch nicht wissen, was ich geguckt habe, war natürlich der vierte Teil von Transporter. Der hat auch noch irgendeinen Zusatznamen, das weiß ich aber nicht. Der Film hat mir gefallen, das war ein cooler Film, so, halt so, weil da wurde irgendeine Fracht von A nach B transportiert. Der Film war natürlich absolut gesponsert, vor allem gesponsert von Audi. Ich habe mir gar keine Ahnung von Audis, außer dass ich auch hier in Audi fahre. Und der Audi, der war natürlich schon cool. Hier klöpfchen die Tür auf, mit dem klöpfchen den Kofferraum auf und zu und so weiter, so Sperenzia. Ja, was war denn die Sache in dem Film? Ich bin natürlich auch nicht zu viel verraten, aber irgendwie muss man da irgendwas sagen. Da war halt ein Kerl, der alle möglichen Leute, Gegenstände, ohne zu fragen, einfach in den Mund genommen hat, die von A nach B gesteckt hat. Ja, und das natürlich in einem extrem geilen Audi. Und der zweite Sponsor war natürlich wie in vielen Filmen Apple. War ein cooler französischer Actionfilm, muss ich sagen. Hat mir gefallen, kann mal gucken. Es war nichts Außergewöhnliches, würde ich mal so sagen. Aber es war ein cooler Film. Jo, äh, was muss man noch so sagen. Aber wo ich natürlich extrem draufstehe, sind Les. Da waren halt, äh, in der Vergangenheit fing der Film an. Da waren so vier Prostituierte, die haben da für irgendeinen Kerl gearbeitet. Und nach 15 Jahren haben die vier Weiber sich zusammengetan, weil die das öfter mal ein bisschen lieben miteinander gemacht haben. Und da haben sie sich dann an den Leuten, die die da, äh, will ich mal so sagen, da ausgenutzt haben, bla bla bla. Und da haben die sich dann da, äh, ja, des Geldes bedient und haben da halt irgendwie alles so irgendwie geregelt. Irgendwie halt, irgendwie, gell. Muss man erst noch mal eine Zigarette ziehen. Also Schluss um, ich gebe dem Film mit zwei Minus. Er hat mich nicht so richtig vom Poker gerissen, aber es war ein cooler Actionfilm. Franzosen, die können dann auch irgendwo gute Filme machen. Der letzte Film, der mal da in den Kopf kommt, das war, äh, wie heißt das nochmal, äh, mit dem einen, der im Rollstuhl sitzt. Und mit dem Schwarzen, der da bei ihm als Butler anfängt. Ach, so fliegt, wie heißt der nochmal? Äh, ziemlich beste Freund, der war der letzte, letzte französische Film, den ich gesehen habe. So, äh, ihr werdet festgestellt haben, dass ihr hier irgendwie mehr seht auf der Kamera, als die vorher. Ich hab jetzt ein neues Handy, das ist von der Firma Samsung. Ist alles noch ein bisschen neuzimmig. Wenn man vier, fünf Jahre Apple genutzt hat, ist das alles ein bisschen komisch. Aber es ist ein geiles Handy, das nennt sich Samsung Galaxy S6. Und dann auch ein Edge dahinter. Und auch ein Plus dabei. Also ganz komischer, langer Name. Sieht extrem geil aus. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, schöne Mitte. A nh value. Dang. Und dann auch ein余. Ja. Ich hoffe Gott. Vielen Dank.